Moin Moin liebe ElbkickTV Zuschauer zum X-Tipp Spieltagstipp. Heute mit Sven Reink an meiner Seite in seiner vielleicht letzten Amtshandlung als Schwarzenbeck-Trainer und wir tippen den 30. Spieltag der Kreisliga 3. Erstes Match lautet MSV Hamburg 2 gegen Kurslack Nungamme 2. Jo, tippe ich auf den Sieg für Kurslack. Die sind ein bisschen unter Wert geschlagen worden, glaube ich. Die gewinnen 2-0. Kennst du da irgendwelche Torschützen? Nö. Sehr gut. Nächste Partie ist gleich VfLubrücke 2 gegen Thieske Wergedorf. Ja, Derby. Lubrücke ein bisschen geschwächelt, wieder aufgefangen. Lubrücke gewinnt 3-1. Soll ich da nach Torschützen fragen oder lieber nicht? Nee, lieber nicht. Dann machen wir weiter. SV Börnsen 2 gegen Willinghusen. Ja, Börnsen 2 ist leider abgestiegen. Willinghusen in einer sehr schwankenden Saison. Aber Willinghusen wird das machen. 4-1. Nächstes Match ist Billehorn gegen SV Hammwade. Ja, da muss ich gestehen, drücke ich den Mark von Bill Stielhorn. Die Daumen. Toller Trainer, toller Typ. Ich tippe auf 2-0 für Billehorn. Favoritensieg. Nächste Partie Escheburg gegen ASV Bergdorf 85. Ja, sehr unangenehmer Platz. Haben wir selber auch erfahren müssen. Ich glaube, das geht 1-1 aus. Nächste Partie FC Launburg gegen SV Altengammel 2. Sehr einfach zu tippen. Spiele vom FC Launburg. Ja, das wird wahrscheinlich ein 3 zu 7. Gar nicht so unrealistisch. Nächste Partie Düneberg gegen Europa. Nochmal so ein einfaches Spiel. Ja, ob das so einfach ist. Einfach zu tippen. Ja, logisch. Düneberg sind ja die Ballermänner der Liga. Ach, ich möchte SC Europa jetzt auch nicht wirklich wehtun. Das sind echt super Jungs. Ich glaube, das wird ein 12-0. Auch das klingt nicht unrealistisch. Jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Match. Es ist nämlich Schwarzenbeck 2 gegen Ossteinbeck. Ja, wir sind ja schon durch. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zu Hause weiterhin unbesiegt bleiben und werden das Spiel 2-0 gewinnen. Aber da kann ich nach Torschützen fragen, oder? Ja, das kannst du. Ich hoffe, dass Ruven Ahlers dann die 20 voll macht. Und ich hoffe, dass der Robin Wind auch trifft. Der ackert so viel auf der 6 und kommt selten vor das Tor. Der sollte auch noch eins machen. Das hoffen wir alle. Vielen Dank.